Monatsorakel März 2019 Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Liebe Lunia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen, ich möchte mich bedanken für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Du möchtest wissen, was erwartet dich März 2019? Erstmal schauen wir das astrologisch an. Es gibt im Horoskop zwölf Lebensbereichen und wir schauen an, in welchen Lebensbereichen hast du Einfluss von Sonne, Mond und die Planeten und was löst das aus, Monat, März. Die ersten Lebensbereiche trifft dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und zeigt dich nach außen, auch wie andere Menschen dich wahrnehmen. März hast du in diesem Bereich ein Venus-Einfluss. Venus ist der Planet, die Schönheit und Weiblichkeit. Und das bedeutet für dich März, du bist als Frau wahrgenommen. Natürlich kann das auch noch bedeuten, du betonst das auch, eine neue Haarschnitt oder Kleid oder andere Schmink. Also du betonst dein Weiblichkeit und das wird auch wahrgenommen. Die zweite Lebensbereich hat mit Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen etwas zu tun. Hier hast du einen Sonneneinfluss und das zeigt die Monatsthemen. Und die Sonne zeigt auch, wie wichtig das ist am März, an deinem Selbstwertgefühl arbeiten, auch verstehen. Sonne, natürlich ist auch die Licht und beleuchtet etwas. Mal auch sehen, was ist für dich wertvoll oder wer ist für dich wertvoll, das auch befestigen. Hier geht es um Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und das ist die Lebensenergie, also ein wichtiges Monatsthema. Aber auch die Finanzen überlegen, wo gibst du Geld aus oder wo kommt Geld ein. Auf die Buchhaltung auch achten, um die Finanzen zu kümmern. Die dritte Lebensbereich hat mit Verwandten etwas zu tun oder Nachbarn, Bekannten, kann auch auslösen, eine kleine Reise, kleinere Veränderungen. Und hier ist Kommunikation, Austausch. Hier hast du ein Merkur, ein Fluss und Merkur bewegt sich, handelt auch und Merkur steht für Kommunikation. Das heißt, die Gespräche, die Informationen nehmen zu. Die vierte Lebensbereich ist eine Wohnsituation und gibt auch dir die Basis, die Fundament, auch das Gefühl, die Sicherheit und Stabilität. Hier hast du die Marsenergie und das bedeutet, da muss ich mich einsetzen und da Kraft zeigen. Kann auch bedeuten, dass du müde, kraftlos fühlst und brauchst du diesen Rückzug, zu Hause zu sein, dich zum Erholen, dass du wieder zum Kraft kommst. Mars ist eine männliche Energie, also bedeutet auch Mann. Das kann natürlich bedeuten, dass eine männliche Person ins Haus kommt. Jupiter vergrößert etwas, bringt auch Glück. Im elften Lebensbereich hast du die Jupiter-Energie. Das heißt, deine Wünsche, deine Sehnsüchte werden wahr, vorausgesetzt du glaubst daran. Also Jupiter begünstigt das. Und hier bei diesem Lebensbereich sind auch die sozialen Kontakte und Freundschaften und das vermehrt sich bei dieser Jupiter-Energie. Saturn und Pluto sind im zwölften Lebensbereich. Das sind Geheimnisse, tiefe Geheimnisse des Lebens, karmischen Themen, spirituellen Themen, ein gewisser Rückzug auch. Und das brauchst du, weil das gibt dir die innere Kraft und mit Saturn-Energie bedeutet, du lernst das, in dieser Kraft zu bleiben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das ist zum Erwarten in dem dritten Lebensbereich. Das sind die Kontakte mit Bekannten, Nachbarn, Verwandten oder einfach Informationen, einen Austausch, Schulungen annehmen, Schulungen teilnehmen oder das anbieten, Wissen vermitteln oder etwas Neues lernen. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, die Sehnsüchte. Diese Neptun-Energie ist im zweiten Lebensbereich, wo um Werten und Finanzen handelt. Und jetzt zu dieser Monatslegung. In der Mitte befindet sich ein Kreis und das zeigt unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und ich habe im ersten Teil, Monat Februar, schon erklärt, was das auslöst. Weil dadurch entsteht unser Energiefeld, was wir nach außen ausstrahlen. Und das hat eine Funktion, das ist unsere Anziehungskraft. Und da gibt es auch ein Gesetz und dieser Gesetz besagt, gleiche zieht gleiche an. Also es ist sehr wichtig im Kern, die Dinge bleiben, auch mal unserem Inneren kümmern, unserem Gedanken ordnen und unserem Gefühlen achten. Wie ist dein Gefühlszustand im März? Worauf solltest du achten? Dieser Maß- und Widersymbol heißt dein Mut und Kraft. Dass du einiges bewegen kannst. Und das mit Leichtigkeit. Und dieses Bild zeigt auch, wie das alles im Schwung kommt, ohne Hindernisse. Und was ist ein Hindernis? Das ist unsere Angst. Hier im Gefühlsebenen ist die Hindernis die Angst. Und das bedeutet, du hast das verändert. Und du kannst von Angst dich befreien. Und angstfrei kannst du mutig etwas in Bewegung setzen. Worüber sollst du Gedanken machen? Das ist dein Alltag. Den Alltag zu bewältigen kann natürlich bedeuten, du machst viel zu viele Gedanken. Wie schaffst du das alles? Haushalt, Kinder, Familie, Arbeit. Du musst das alles organisieren auch. Also du hast viel zu tun und machst auch viele Gedanken über deine Wohnsituation, dein Zuhause, über die Kinder. Und das möchtest du in Ordnung bringen. Das ist nicht nur ein Frühjahrsputz, sondern auch die Kontakte innerhalb von Familien, Verwandten, das in Ordnung bringen. Und du hast auch im dritten Lebensbereich Einfluss und all das gehört dazu. Welche Nachrichten sind zum Erwarten? Die Kommunikation. Du lernst etwas Neues. Das ist wie ein Studium. Kann auch Fremdsprache sein, weil hier ist Ausland in diesem Bild. Die Schützersymbol zeigt Ausland. Das kann bedeuten, dass du Fremdsprache lernst. Kann bedeuten, dass du Nachricht bekommst von Ausland. Außerdem bedeutet viel Kontaktgespräch und einiges Lernen. Dein Liebesleben zeigt sich hier in diesem Bild. Und das heißt, ein Entgegenkommen erreicht den Hand, zeigt Nähe, Interesse, Verbindung und du auch ein Entgegenkommen, Hand in Hand. Und ihr verspürt auch, wie wichtig das ist, diese Liebe. Er scheint auch die Waage und Venus-Symbol, was die Liebe bedeutet. Und Schützer-Jupiter-Symbol zeigt Ausland. Entweder eine gemeinsame Reise oder dass er von Ausland kommt. Wo setzt du deine Kraft ein, wo du deine Kraft einsetzen sollst, all das, was du schon längere Zeit bereinigen wolltest. Und genau das wirst du auch ansprechen. All das, was dich stört. Hier die Jungfrau-Symbol bedeutet Reinigung und Heilung. Die Merkur-Symbol ist die Sprache, das alles auf den Punkt bringen und ansprechen. Mutig zu sein, das auch zutrauen. All das, was dir nicht passt, was dich immer stört, das mal auf den Punkt zu bringen. Was bringt dir Glück? Deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Das ist ein Zusammenkommen und da ändert sich etwas in die Liebe-Partnerschaft. Das erfüllt deine Träume. Gemeinsam schwimmen in eine Richtung und suchen eine Insel, eine Oase, wo ihr alleine seid. Oder ein gemeinsames Zuhause oder gemeinsam auf eine Reise gehen. Was ist deine Lernaufgabe? Deine Lernaufgabe besteht daran, dich einsetzen. Lernen, das ist die Marsenergie, all das, was du erreichen möchtest, auch mutig zu sein, etwas Neues wagen und lernen zum Kommunizieren. Das kann natürlich bedeuten, dass du eine Fremdsprache lernst. Aber bedeutet auch ohne Angst genau das ansprechen, was du sagen willst. Das ist gerade deine Lernaufgabe, mutig zu sein ohne Angst. Was ändert sich Monat, März? In die Liebe ändert sich etwas. Nimmst das in Besitz. Hier ist diese Annäherung und das entspricht deinen Träumen, deinen Visionen. Du lebst deinen Traum in die Liebe, Partnerschaft. Bedeutet aber auch deine Kreativität, das ist die Neptun-Energie, die Inspiration und die Stier hat mit Geld auch etwas zu tun, dass du damit Geld machen kannst. Aber nicht nur die Spiritualität und die künstlerische Begabung kannst du in Tat umsetzen und kommt die finanzielle Verbesserung. Sondern in die Liebe, Partnerschaft auch kommt eine Annäherung, sodass du deinen Traum leben kannst. Und was ist dein Traum? Das zeigt sich hier in diesem Bild, dass du mit deinem Partner zusammen sein kannst, dass er seine männliche Energie zeigt und du deine weibliche Energie leben kannst. Es ist Liebe, Partnerschaft und die Widersymbol zeigt zwischen euch beide einen Neuanfang, eine gemeinsame Zukunft. Das ist dein Traum. Was gibt dir die inneren Kraft? Die Liebe, Partnerschaft gibt dir die inneren Kraft und die Leichtigkeit dieser Veränderung, dass du ohne Angst dich verwirklichen kannst oder das Sagen traust, was du sagen möchtest. Und da ändert sich einiges in deinem Leben, in erster Linie in die Liebe, Partnerschaft, was dir auch die Kraft gibt. Und diese Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten. Du kommst auch zum Leichtigkeit. Liebe Lunian, das war dieser Monatsorakel. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.